Liebe Interessierte an dieser Videoreihe über die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wecker. Die Kirche als Haus Gottes ist der erste Teil. Der zweite Teil wird dann eine ausführliche Betrachtung sein über den Altarraum, den Einrichtungen und deren Funktionsweisen oder Wirkungen, wie auch immer. Und der dritte Teil beschäftigt sich dann mit den Einrichtungen im Kirchenraum, also sprich den Ausstattungen, den Skulpturen und so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020